mich jetzt nicht, weil ich brauche Punkte... ah da ist irgend so ein Typ hinter mir... Hey Leute, ich herzlich willkommen zur zweiten Runde von dem Spiel mindwar Heute natürlich schon mal wieder mit dem looky mooky... Hallo splexy maxi, wie gehts dir so? Gut. Ja, und wir sind hier in der Lobby Und versuchen kläglich das Jump'n'Run zu schaffen Und wir schaffen es nicht Das ist übrigens schwieriger wie bei Trouble in Mindwell Komm, einiges schwieriger Nein, 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 nein Das sind viele Leute Ey, lass uns da mal reingehen Hier, das schaut super cool aus Zehn Sekunden, ich guck mir das hier einfach mal an Und dann gucken wir mal Vielleicht kommen wir diesmal in das selbe Team Da ist ein Typ in mir Ich glaub's irgendwie nicht By the way, war in mir Wow, 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 neue Map Okay, wir sind nicht im selben Team Aber nicht schlimm Die Map ist auch ziemlich cool Ich weiß zwar nicht, wie die ganzen Maps heißen Ja, ähm Ähm, ähm, Map Äh, Map Die heißt einfach Map Also, merkt euch das Äh, mein, äh, nicht Kiste, meine Kiste, meine Kiste Ich hab noch keine einzige Kiste gefunden Nein Ich bin so schlecht Ich brauch nur noch Pfeile, dann hab ich alles Wer ist der Pro? Hey, wo findest du die ganzen Sachen? Ich find hier gar nichts Guckst du im Haus, da waren voll viele Kisten Mh 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 Will auch haben Kisten Nein, du bist im Gegner-Team, du doch nicht Schwules Goldschwelle Ah, da ist er Hahaha, da ist er Ja, ich wollte mich gar nicht Da ist er lab Ah, da ist er lab Ah, was will ich da nicht? Ich bin typisch, das kann ich mir wahrscheinlich eh nicht merken Was will ich? Gelb, okay Äh, da ist noch so einer Öh 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 Noch so ein gelber Noch so eine gelbe Sau Ey, wo sind meine, meine Leute? Ich weiß es nicht Ich ruck auch gerade mal an, irgendwie Äh, ja toll, du suchst mal, du suchst deine Leute im Mist, klar Genatzt Nein, da hinten ist einer von mir Juhu Wie schnell du rennen kannst, ey Ein flinker Bursche Ach, ich hab Pfeile Hahaha Nein Oh mein Gott, oh mein Gott Zurück, zuck Zurück, zuck Spring Nein, ich bin tot Hast du mich umgebracht? Luke Ja, toll Da kamen noch zwei von dir und haben mich getötet Super Über eure todes konzentriert gerade Argh Oh, ich hab schon wieder Ey, das ist ja eine Kiste Meine Kiste, ich hab Steinschwert Hahaha Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Käsekuchen mögt Ich mag den vor Ich mag Käsekuchen, wer mag Käsekuchen? Wer mag Käsekuchen? Stimmt, 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 stimmt Alter Ja, von oben auf die drauf stürmen Von oben auf die drauf stürmen Boah Bum, 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 bum Slash B Stürmen, du kannst das schon, ne? Okay, tschuldigung Wow! Sooo Nein, 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 nicht, nicht Ich mag Bogenschützen irgendwie nicht Ja, boom Alter, ich hab so'n Multikill Bin dadurch mitgestorben, aber scheiß drauf Hä, echt jetzt? Alter, ich hab einfach... Ja, ich hatte eh nur ein Herz, ne? Und das waren irgendwie so Ich hab jetzt vier Schockpunkte Nein, nein, nein Alter Alter Mann, das war so ärgerlich, Mann Der hat mich fast nicht erwischt, ey Das wär auch geil, wenn man die setzen könnte Was? Die Creeper? Ja, das wär richtig geil Einfach vorsichtig planten und sowas Das könnten wir ja Mojang mal sagen Ich hab einen mit dem Steilschwert und Rüstung getunnelt und ich hatte nichts Ahahahahaha Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, so viele von dem Team Ich bin so der PvP-Pro Nein, Leute, ich sag kein Awesome Wieso nicht? Awesome Komm, Sack Einmal Ich kann das nicht Sack Einmal Gut Ach, der ist nicht gestorben, ey, so'n Sau So'n Sau Äh, da ist noch einer Äh, äh, äh Und Toll Ich bin schnell wie ein Hase Oh mein Gott, oh mein Gott, doch nicht Doch nicht, oh mein Gott Nein, die sterben, die sterben Ich kann nicht gegen drei Leute kämpfen, ey Da verliert mein Team nur wegen mir Ich find die Creeper so episch Das ist so eine halbe Atombombe Ja, aber zur Boom, ne Das ist, Alter, das ist so Haha, das ist so awesome Nein, 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 nein Du kriegst mich jetzt nicht, weil ich brauche Punkte Ja, abgezogen Lol Wir sind ausgeschieden Nein Wir sind raus Nein, 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 nein Was bin ich? Ich bin Tückis, okay Ich sag ja, ich vergesse meine Namen Nein, meine Farbe Da ist auch so einer, ich habe kein Steilschwert Ich habe nur einen Pfeil und keinen Bogen Voll schwul Ja, bin tot Ja Seid ihr raus? Nein, noch nicht Schade, ich warte so lange, dass ich meine Aufnahmen noch laufen muss, ich raus heute Wir gewinnen das Ding Wir snacken uns die Da, 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 da Ich mache jetzt ein Let's Play-Meinkraft Habe ich auch schon mal gemacht, weil ich noch was zu erzählen hatte Solange bis Luke hier noch zockt Aber dann musst du schon kommentieren, was du gerade machst Ich laufe rum Es leckt voll, wenn man eine neue Welt generiert Nein Boah Fuck ey, ich hätte den eigentlich runterkicken wollen Wow, warum ist das so hoch? Wow, warum ist das? Ah, ah Boah, ich voll hektisch Hä? Achso Hallo So, das ist jetzt mein Haus Das ist jetzt auch noch Was? So, das ist jetzt mein Haus Das ist jetzt so aus Dreck Ja, kannst du ja gleich anschauen in der Aufnahme So Und da werde ich schlafen Da mache ich jetzt so eine Treppe nach oben Ey, Mann Ich will einen Bogen jetzt Äh, nein, 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 nein Ja Fuck So ein Oh, wir sind ausgeschieden Oh, fuck Okay, damit dann sage ich Ben, ich meine Let's Play-Meinkraft Das war es auch von der zweiten Runde Schade, aber war echt noch eine witzige Runde Gut, ciao Leute Bis zum nächsten Mal Tschüss, tschüss